Ich glaube, die ist für jede Besetzung besonders. Ich bin ein riesen Fan von Anna Schuth, sowohl von ihr als gesamter Person und als Schauspielerin. Und ich mag ihre Stimme, weil die ist ein bisschen dunkel, die ist ein bisschen rauchig, die kann aber auch ganz weich sein. Ich finde, die hat eine unglaubliche Bandbreite, eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen. Ich glaube, so wie alle Freundschaften, wenn man sich sehr lange kennt, muss man sehr wenig erklären. Und wenn im Alter dann die wirklich größeren Probleme kommen mit Kindern und mit Enkeln und mit alten Eltern oder so, ist es hilfreich, wenn man Freundinnen hat, die das eben auch alles begleitet haben, dass keine Erklärungen mehr notwendig sind. Dass sie einfach teilhaben am Leben. Was ich HörerInnen mit auf den Weg geben möchte? Ja, ich glaube, dass in diesen Zeiten, in diesen verrückten Zeiten, die wir gerade haben, es nicht immer so gut ist für die Seele, wenn man nur schlechte Nachrichten hört. Und ich glaube, es war selten wichtiger, als jetzt mal mit einer schönen Geschichte und einem Hörbuch und einem Knopf im Ohr ins Bett zu gehen und mal für ein paar Stunden die Welt auszublenden, um ein bisschen mehr Luft zu holen. Und ich wünsche ein wunderbares Jahr. Danke. Ihre Mutter hatte einen Sahnefleck am Kinn. Friederike überlegte, ob sie ihr das sagen sollte, ließ es aber, weil ein solcher Hinweis auch schnell einen Wutausbruch zur Folge haben konnte. Schmeckt ihr die Torte? Esther sah hoch und fragte undeutlich, aber freundlich, was ist das für ein Obst? Maracuja. Das gab's früher auch nicht. Esther kratzte den Rest der Torte vom Teller. Meine Mutter hat zu besonderen Feiertagen Erdbeertorten gemacht oder Nuss, aber diese Mara-Dings, das gab's noch nicht. Hm-hm, Friederike nickte. Möchtest du noch ein Stück? Nein. Esther hob den Kopf und sah Friederike unsicher an. Mehr als eines gibt es nie. Das ist ja viel zu teuer. Bevor Friederike etwas sagen konnte, klopfte es an der Tür, die sofort danach geöffnet wurde. Frau Brenner, es gibt Kaffee. Die blonde Frau mit der Thermoskanne blieb sofort stehen. Ach, Sie haben Besuch von Ihrer Tochter. Guten Tag, ich hab Sie gar nicht kommen sehen. Hallo, Schwester Sandra. Friederike lächelte, blieb aber sitzen. Ich hab Kaffee mitgebracht. Und zu viel Torte. Möchten Sie auch ein Stück? Maracuja-Sahne. Sie hat immer Erdbeertorten gemacht, murmelte Esther. Oder Nuss. Nusstorte mag ich auch gern. Sandra hatte die Stimme gehoben und ihre Hand wie beiläufig auf Esters Schulter gelegt. Aber Maracuja-Sahne auch. Haben Sie schon genug Kaffee oder möchten Sie noch eine Tasse? Esther schüttelte nur den Kopf, schob den Teller zur Seite und legte ihre Hände in den Schoß. Ich muss jetzt gleich arbeiten, sagte sie. Meine Mittagspause ist fast vorbei und Frau von Mandl holt nachher ihr Cape ab. Ja, ich weiß, antwortete Sandra ernsthaft, bevor sie sich an Friederike wandte und leise sagte. Können Sie nachher noch mal in mein Büro kommen, bevor Sie fahren? Ich wollte gern noch was mit Ihnen besprechen. Natürlich, Friederike nickte. Ich komme gleich. Fein. Sandra lächelte kurz, dann legte sie die Hand auf den Türgriff. Und falls wirklich Torte übrig ist, nehme ich sie gern. Die Kollegen freuen sich. Dann gehe ich mal wieder. Ach, Frau Brenner, bevor Sie ins Geschäft gehen. Sie haben ein bisschen Sahne am Kinn. Sofort zog Esther ein Taschentuch aus dem Ärmel und rieb sich den Fleck weg. Sie kicherte kopfschüttelnd. Na, das wäre was gewesen. Danke. Oh Gott, oh Gott. Erstaunt hob Friederike die Augenbrauen. Sandra zog die Tür leise hinter sich zu. So, Esther schob das Taschentuch zurück in den Ärmel und stand etwas schwerfällig auf. Ich müsste mich dann jetzt umziehen. Hilde ist sonst allein. Hilde? Ja, Esther blickte sie fragend an. Natürlich. Wollen wir uns ein anderes Mal treffen, wenn ich mehr Zeit habe, oder passt es Ihnen nur heute? Hilde ist da. Mit einem kleinen Seufzer erhob Friederike sich. Weißt du nicht, wer ich bin? Ihre Mutter starrte sie an. Plötzlich lächelte sie. Doch natürlich, Friederike, aber ich muss jetzt trotzdem los. Frag doch Marie oder Jule, ob sie Zeit für dich haben. Bis später. Hoheitsvoll nickte sie ihr zu. Dann ging sie langsam in ihr Badezimmer und schloss die Tür hinter sich. Unschlüssig blieb Friederike noch einen Moment stehen. Anscheinend war ihr Besuch jetzt beendet. Sie nahm die Tortenschachtel, die mitgebrachte Thermoskanne und ihre Handtasche, warf einen letzten Blick ins Zimmer ihrer Mutter und machte sich auf den Weg zu Schwester Sandra. Das Büro lag am Ende des breiten Flurs, in dem das Sonnenlicht durch die bodentiefen Fenster schien und die blühenden Zimmerpflanzen zum Leuchten brachte. Irgendjemand hier musste einen grünen Daumen haben. Friederike blieb vor einem der Fenster stehen und sah in den Garten. Es gab schmale Wege, die über das parkähnliche Grundstück führten, kleine Terrassen, auf denen weiße Bänke standen, sie sah Eichhörnchen über den Rasen flitzen und einen Pfleger, der eine alte Dame im Rollstuhl spazieren schob. Sie gaben sich hier wirklich alle Mühe. Trotzdem ließen der Geruch, die Rollaturen in den Gängen und die ganze Atmosphäre keinen Zweifel daran, dass es sich hier um ein Pflegeheim handelte. Natürlich hatte sie Glück gehabt, in dieser Einrichtung einen Platz für Esther bekommen zu haben. Sie wurde gut betreut, fühlte sich offenbar wohl und die Pflegekräfte waren nett, aber Friederike war immer heilfroh, wenn sie wieder fahren konnte und blieb nie länger, als sie musste. Sie wandte sich ab und ging langsam den Flur entlang, bis sie vor der Bürotür stand und kräftig klopfte. Nach einem lauten Herein öffnete sie die Tür. Schwester Sandra sah ihr schon entgegen und lächelte. Ach schön, nehmen Sie doch Platz, Frau Brenner. Einen Kaffee muss ich Ihnen wohl nicht mehr anbieten. Nein, danke. Friederike balancierte die Tortenschachtel immer noch vor sich her. Kann ich das irgendwo abstellen? Die können Sie mir geben. Sandra kam mit ausgestreckten Armen auf sie zu. Ich stelle sie in die Teeküche. Vielen Dank. Ist die Torte wieder von ihrem tollen Konditor im Hotel? Selbstverständlich. Friederike stellte ihre Tasche ab und ließ sich auf einen Sessel sinken. Ich habe im Moment so viel zu tun, dass ich sehr froh bin, nur in der Küche anrufen zu müssen, um eine Torte oder irgendwelche anderen Lebensmittel zu organisieren. Ich komme kaum noch raus. Augen auf bei der Berufswahl. Ich wollte ja unbedingt Hotelchefin werden. Das ist auf Dauer aber auch nicht gesund. Sandra sah sie an. Das Leben besteht doch nicht nur aus Arbeit. Jetzt kommen auch wieder andere Zeiten. Friederike schlug die langen Beine übereinander. Was wollten Sie mit mir besprechen? Hat meine Mutter Terror gemacht? Mit Gegenständen geworfen? Personal beleidigt? Sagen Sie es ganz unverblümt. Solange Sie sie nicht rausschmeißen, kann ich mit allem leben. Sandra schüttelte nur leicht den Kopf, während sie sich einen Kaffeebecher in der Hand auf den Sessel gegenüber setzte. Um Himmels Willen, nein. Es geht um etwas ganz anderes. Sie trank einen Schluck, dann stellte sie den Becher auf den Tisch und lächelte Friederike beruhigend an. Ich weiß, dass Ihnen die aggressiven Schübe Ihrer Mutter zu Beginn Ihrer Demenz Angst gemacht haben, aber es passiert häufig, dass die Patienten aus Unsicherheit oder Angst Aggressionen entwickeln. Oft verliert es sich wieder. Ihre Mutter fühlt sich bei uns augenscheinlich wohl und sicher. Sie reagiert kaum noch aggressiv. Im Gegenteil. Sie ist fast immer sanft und freundlich. Aha. Friederikes Antwort klang nicht überzeugt. Sanft und freundlich? Das war sie früher selten. Aber gut. Vielleicht ist sie auch einfach altersmilde geworden. Neben ihrer Demenz. Entschuldigen Sie. Ich will gar nicht zynisch sein, aber meine Mutter war immer schon ein etwas, wie soll ich sagen, sprüder Typ. Warum auch immer. Das Wort Böse hätte es besser getroffen. Aber Friederike wollte die nette Sandra nicht verschrecken. Die nickte jetzt entschlossen und beugte sich vor. Ja, und da sind wir beim Thema. Die Uni Lübeck hat uns eine Kooperation vorgeschlagen. Im Rahmen eines Projekts wollen Studierende mittels einer Biografiearbeit mit Dementen untersuchen, ob und wie sich die individuelle Betreuung verbessern lässt. Wir sind sehr stolz, dass unser Haus dafür ausgesucht wurde und möchten das natürlich sehr unterstützen. Sind Sie einverstanden, dass auch Ihre Mutter einbezogen wird? Und können Sie sich als Angehörige vorstellen, die eine oder andere Frage zum Leben Ihrer Mutter zu beantworten? Friederike sah sie gespannt an. Was sollen das denn für Fragen sein? Es geht dabei um die Biografien unserer Bewohner, antwortete Sandra geduldig. Die Studierenden unterhalten sich mit Ihnen oder deren Angehörigen und rekonstruieren so die Lebensgeschichten. So ausführlich wie möglich. Also zum Beispiel, wie war Ihre Mutter früher? Was hatte sie für eine Kindheit? Wie hießen Ihre Freundinnen? Wie war Ihre Ehe? Welche Erlebnisse haben Sie geprägt? Was auch hilfreich wäre, sind neben den Erzählungen auch Fotos, vielleicht Briefe oder Tagebücher. Können Sie uns da etwas zur Verfügung stellen oder sich vielleicht selbst mal mit den Studierenden unterhalten?